moin moin und herzlich willkommen hier zurück auf meinem kanal zu einer weiteren folge war groove für die switch ja werden längere pause jetzt weil far cry dazwischen gekommen ist und auch noch zwei drei projekte die ich gemacht habe aber jetzt geht es weiter damit und wir starten direkt mit der mission hier zack vampire königin des westens unsere helden haben die bedrohung der verlorenen lande gemeinsam bis auf eine letzte hier bleibt zurück so ein drama und das nur meinetwegen ich fühle mich geschmeichelt wer seid ihr ich bin sie kred van bierkönigin des westens und ihr königin mercia werdet gleich vor euren schöpfer treten weg da du alte fledermaus nur ich hab von ihr gehört sie ist gefährlich die königin hat recht wir müssen gehen jetzt gleich seid ihr des fliehens noch nicht müde muss ich euch bis ans ende der welt verfolgen warum nur bis ans ende der welt du könntest hier gleich vom rand stürzen nur schon gut mercia ich kümmere mich darum ich werde diese blut so dran aufhalten und du bringst sie mit emmerich in sicherheit danke nur so gut schauen wir uns das kärtchen mal an oh mercia lauf zur östlichen straße okay da ist die flagge ich halte den weg frei alles klar ich komme entkomme sigrids armee und bringe mercia in sicherheit das machen wir jetzt okay also nur ganz kurz hier oben sind leute kann soweit gehen soweit drüben ist gut also laufen wir mal hier nach oben ich habe es eingestellt dass die leute ein bisschen schneller gehen weil mich dieses tempo immer sehr nervig genervt hat ich hoffe es stört euch nicht so ach so warte mal können wir vielleicht sie auch steuern hier drüben wahrscheinlich ne ach guck mal gut also wir haben wieder können hier fliegen okay hier ist nun ach guck mal die kann das hause einnehmen das macht sie gleich ach gehen wir alle schon zack einmal gucken hier drüben was ist hier hier ist noch so ein schleuder baum eventuell machen wir den mit dem hier platt wenn die rüberfliegt so jetzt haben wir nicht mehr oder was kann noch irgendwas machen oder haben wir noch mehr leute hier müsste doch wenn ich nichts mehr machen könnte müsste der zug doch weiter gehen ach so ich könnte auch was okay ich habe hier was das hin ich könnte hier noch was bauen ein schwerling aber noch mal ein schwerling so wie ich sehe hast du einen schwerling rekrutiert zeit für etwas magie der schwerling ist eine extrem schnelle luft lufteinheit und seine zauber verringern die trefferpunkte alle gegner in seiner nähe um zehn prozent keine sorge alter mann ich habe meine hausaufgaben gemacht gut also schwerling luft das heißt er kann nur gegen luft eingesetzt werden da kommen sie schon alle so ich dachte da sind ja schon platz zu machen können wir mit dem hund auch noch mal hinkommen also wir gehen mal mit ihm hier hin die hunde gehen auch ein bisschen höher halt mal wieder kann der das ding schießen ich jetzt nämlich trifft ich jetzt angreift dann würde der wahrscheinlich wenn die anderen daten den wahrscheinlich platt machen deswegen stellen wir immer hier hin so wir haben auch diese dinger die fliegen können schicken wir gleich weiter du auch zack du schwerling die fliegt auch mal in die richtung oh der kann ein bisschen weiter fliegen äh gut nur wo ist auch noch da kann sie noch irgendwas einnehmen ach guck mal hier das hölzchen kann sie auch noch einnehmen perfekt super mehr haben wir jetzt auch nicht oder wir machen können ach wir können noch einen ach guck mal dann holen wir noch so ein ding hier und laubflügler zack kann man vielleicht nicht genug von haben ok jetzt gehts ach es sind auch nicht so viel gut jetzt können wir hier auf jeden fall ihn ausschalten machen wir und schicken wir mal hier hin Da heilen wir mal kurz ne Runde, da hin, ähm, kommt der schon das Ding angreifen, ja perfekt. Dann stecken wir mal nach unten mal zu Nuru, sie geht ja jetzt auch hier längs, lieber noch weiter gehen, dann bauen wir vielleicht noch einen, so ein Laubflügler, klar, so bin ich mal gespannt. Fliehen ist zwecklos, ihr verzögert damit nur das Unausweichliche. Oh, jetzt geht's los, ja? Ah, komm, viele Gegner, okay. So. So, mich wundern. Oh, mein Hund bedenken, ne? So. Du, setzt nach hier hin und heilt's nochmal. Vielleicht schon mal mehr heilen hier. Gut, ähm. So, sie kann das hier einnehmen. Fängt. Mit den Fliegeneinheiten können wir wahrscheinlich nichts einnehmen. Das ist auch nicht so schlimm, hauptsache wir haben ein bisschen Rückendeckung hier. So, hier ist noch eine. Schicken wir auch hier runter. Hier noch unsere Einheiten. Schicken wir mal runter. Das ist eine Luft-Luft-Einheit. Schicken wir mal hier runter. Gut. Wir können jetzt nicht machen, ne? Können wir nicht kaufen, können wir sowieso nichts. Gut. Bin mal gespannt jetzt. Kommt so viele Gegner kurz mal an. Eilt der Schwede. Aber soll ja nur zum Ziel kommen. Das ist schon nicht einfach. Ah, guck mal hier. Die schicken wir gleich hier rüber. Ihr könnt die mal platt machen. Luft-Luft-Einheit schicken wir mal hier hin. Ähm. Das ist die Frage, ne? Die schicken wir auch da rüber. Vielleicht können die gehen. Wir können auf jeden Fall schon ein bisschen hier rüber kommen. Nicht da rüber kommen. Oh. Oh. Na gut, Kohle? Ja, gut. Auch noch ein bisschen heilen hier. Wieso kriege ich dieses Ding nicht geheilt da? Hm, komisch. Na gut. Hier haben wir. Zwischen Kohle haben wir ja noch. Dann nehmen wir mal hier so einen Ballisten. Zwischen Kohle haben wir jetzt aber nicht. Wollen wir auch aufhören. Oh, warte mal. Kann ich mal hier was machen? An 50 habe ich ja nur noch. Ich kann auch eigentlich nichts mehr bauen. Oder habe ich irgendeine Figur nicht bewegt hier? Oh, Mann, die bewegt. Okay. Yes. Okay. Oh, oh, oh. Wird glaube ich nicht leicht hier. Aber die Flug-Flug-Anhalt ist natürlich super für uns. Die kann bestimmt hier mal ein bisschen K.O. machen. Zack. Komplett weg das Ding. Wer ist das denn? Der kann enden gehen. So, je beide macht man hier. So, die können wir schon mal ein bisschen platt machen. Jetzt haben wir ein bisschen Kohle haben wir noch. Zack. Natürlich mal voraus bis hierhin. Ein bisschen Dichter schon mal machen. Also nicht ganz so dicht, aber schon ein bisschen dichter. So, wir haben noch ein bisschen Kohle. Das heißt, wir können hier noch mal so einen Schleuderbaum einsetzen. Zack. Ja, das reicht. Gut, wenn. Okay, also. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, glaube ich. Die Hunde werden wahrscheinlich draufgehen da oben bei uns. Obwohl. Ach, kommt so viele Flugviecher her. Das reicht nicht normal. Okay. So, ich weiß nicht, ob ich den nicht halten kann da. So, ich weiß nicht, ob ich den nicht halten kann da. So, gut. Schau ruhig da hin, das macht nichts. Dann auch weg. Oh, warte, wir haben noch den kleinen Schwerling hier. So, ich kann die noch mal nutzen, um... Hm. Dann setzen wir hier hin den Schwerling. Dann ein bisschen in der Mitte und kann den vielleicht erreichen und die anderen auch. Das weiß ich jetzt noch nicht. So, da können Sie sich immer nichts mehr einnehmen, ist schon mal gut. Dann haben wir hier noch dieses fette Ding, das wir hier holen wir auch noch ein bisschen. Können wir hier so einen grünen Wächter rausjagen. Oben haben wir alles, glaube ich. Okay. Oh, jetzt bin ich gespannt. Schon aufgeregt bin ich auch. Ah, scheiße. Aber die Schaden konnte er nicht mehr machen bei unseren Ballisten. Was natürlich sehr cool ist. Aber die haben auch so ein Ding, okay. Spitzig, ich kann meinen Groove benutzen. Was ist ein Groove, Nuro? Ein Teleportstall, mit dem ich eine Verbündung einer zu mir befördern kann. Direkt neben mir. Oh, das ist natürlich cool. Naja, bezahlen muss ich trotzdem. Okay, dann ist die schlecht. Ach so, warte mal. Mal kurz ein Hund plattieren. Wer denn? Dübenplatt. Okay, so wird er jetzt nicht mehr so viel leben. Wir haben einen Schwerling hier, der jetzt erstmal hier nicht platt macht. So, dann müssen wir noch so ein Schwerling bauen. Vielleicht so verkehrt, ne? Jetzt mal gucken, wenn wir es hier unten machen. Okay, mach halt den weg. Eingenommen. Darum muss ich ein Leben verloren. Schicken wir da hin. Auch hier runter. Wir haben so ein Schwerling hier. Zack. So, das sieht schon ganz gut aus. Haben wir oben noch was gebaut? Okay, die kommen dann natürlich hinter uns hergeritten. Gucken. Ah, das wird echt. Erstmal gar nicht so leicht. Ah, guck mal's an. Ja. Den Schwerling schicken wir gleich zum Haus. Dann kann sich ein bisschen heilen, da oben. Nicht Schwerling, sondern das Nachtfallding. So. Okay, das macht gar keinen Sinn. Wir müssen auf jeden Fall nach vorne. So, dann können wir hier nicht die heilende Aura benutzen. Das machen wir einfach mal. Ja, safe uns mal. So, also ein bisschen Leben wieder einhauchen an die Leute. Sehr gut. Und die hier müssen wir runterschicken. Obwohl, das ist auch so ein scheiß Pfeil, Heini. Gucken wir, wie wir das machen. Kampier mal schön da. So, hier haben wir den Schwerling. Den schicken wir auch mal voraus. So, dann müssen wir uns da hin. Oh, ein Schleuderbaum. So, Zugbänden. Alter, guck mal an, wie viele Gegner da kommen. Heieiei. Okay, also du musst den Platz machen. Das sieht irgendwie sehr gefährlich aus. So, kann der mich treffen? Nee. War gut. So, weg damit. Mal erst mal regeln, wir erst mal was hier unten. Das ist ein Schwerling. Das ist ein Schwerling. Das ist ein Schwerling. Und den schicken wir weiter runter und holen die Schäden hier umgeholt. Oder haben wir denn da noch richtig viel Cola eigentlich? Und hier müssen wir mal gucken wie wir das machen. Und hier müssen wir mal gucken wie wir das machen. So wir gucken ob wir da hinkommen ohne dass die Reiter uns da angreifen. Da ist noch ein bisschen Kohle. Krieg noch so ein schwer Ding raus. Oh das wars. Ok. Ok. Ah ok. So. Ist das platt? Müssen wir leider platt machen weil die wirklich sonst sehr sehr nervig werden können. So. 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 Wie kommen wir da durch durch die ganze Schlammasse da? Gut, probieren wir mal. Ach, mein Hund ist weg, ist doch klar. Also wie viele Gegner da mal kommen, ne? So, die Hälfte haben wir gleich geschafft fast, glaube ich. So, jetzt mal gucken. Das Ding muss ja kaputt sein, bevor wir da hin kommen. Aber natürlich müssen wir die Gegner da auch in die Platz kriegen, ne? So, ob es kriegen wir hier? 38. Ich werde das nehmen. Ich werde das nehmen. Gebt ihr auf jeden Fall Kohle. Ähm... Nehmen wir raus. So, dann haben wir hier noch ein Laubstück auch noch raus. Ich habe so ein paar Gegner. Äh, ein paar Einheiten. So, mit dem müssen wir weiter hier. Ich habe schon Treppen da. Ne? Gut. Gut. Das ist auch gut. Aber warte mal. Wenn wir hier noch etwas machen können. Dann gibt es in der Garten, die Garten. Hier kann er hingehen. Das kann ich auch erwischen. Auf den Ort werden wir, den stellen wir hier vorne hin. Dich stellen wir hier hin. Was? Eine Höllenschwinge, schnell, wir müssen schnell verschwinden. Ja, rennt vor der Höllenschwinge davon. Was für ein raffinierter Plan. Ja gut, müssen wir irgendwie platt machen. Weg. Wer kann uns jetzt gleich hier bekommen? Können wir die irgendwie töten? Den können wir auch wieder töten. Bei der Höllenschwinge aber schon mal ein bisschen was wegnehmen. Machen wir einfach mal. Ist noch nicht viel, aber immerhin nehmen wir ein bisschen Leben weg. Weg. Wollen wir mal anfangen hier. Oh, hier liegt noch. So, wir haben immer richtig viel ausgelöscht hier. So. So. Wollen wir mal hier mal gucken. Ähm. Oh, die Hälfte haben wir schon geschafft. Ja. Weiter so mäßig. Wir kriegen das hin. Ja, wollen wir mal sehen, ob wir es hinkriegen. So. So. Können wir hinten dran hängen. Gut. Jetzt haben wir das alles, das alles, das alles. Und wir können uns auf jeden Fall noch was bauen hier. den hauen wir nochmal raus. Und hier noch ein bisschen. So. Abbrechen. Ähm. Wenden mal nicht. Zugwenden. Los. So. Wie lange muss ich euch noch verfolgen, eure Hasen? Hafte. Och, Alter. Es werden immer mehr Gegner. Na gut. Okay, also warte mal wieder, kann ich anschließen hier? Du bist da und dann machen wir auf jeden Fall den ersten hier platt. Du kannst da bleiben? Ne, kannst du nicht, weil dieser Typ hier kann dich leicht killen. Deswegen müssen wir dich mal kurz hier ansetzen. Gehen wir da rüber. Schauen wir mal da hin. Luft-Einheit. So, jetzt nur gucken. Also er kann dann natürlich gut angreifen. So, hab ich schon mal was weggemacht. So, hab ich ihn ja irgendwie weiter runter bekommen. Richtig schnell sind die ja nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So. So. Ach, wir können uns wieder was bauen, wenn wir wollen. Ah. Super. Bin gespannt. Oh, wie viele Gegner die jetzt bekommen. Verrückt. Was? Kann ich ja schießen. Okay, warte mal. Nimm das Höllenschwinge. Wie warst du bloß, dass ihr damit jetzt gewonnen habt? Ihr werdet euch trotzdem sterben. Das irgendwie schon. Dann werden wir wahrscheinlich auch wahr, wahr? Ok. Oh, das war das, was ich penso. wer filme dann aus? Anna, Ok. Ich ach nie. Und, ja. Oh, was war das? Das war mal. Wir müssen alles hier unten konzentrieren, damit wir gut vorankommen. So, und hier müssen wir ein paar hinstellen, weil sie nachher kommen, so ein bisschen verteidigen können. Hier noch ein Schwerling, hier haben wir noch einen Schleuderbaum rein, zack, so richtig viele Leute hier. Okay, los geht's, jetzt bin ich gespannt. Wie viele Gegner tauchen, da tauchen immer mehr Gegner auf, das ist schon fast so ein Ding doch eine Möglichkeit hier, ne? So. 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 Noch weg. Da hin. Ich muss kurz überlegen, wie wir die hier platt machen. Hier, warte, 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 warte. Machen wir trotzdem mal. Geht so ein bisschen in den Weg, es macht aber nichts. Wir müssen ja eigentlich nur hier weiterkommen, eh nicht. so. So, die haben wir schon mal aufgehalten. Nicht viel, aber man. So, die müssen wir lieber bei der Kilo haben. Uh. So. So. Da hin. Und da hin. So. So. Das ist ja nicht gewesen. sein. Natürlich leichte Bauernopfer, aber was soll's. Da muss ich nochmal weiter, da kommen wir gar nicht drum herum. Das kann man mal hier setzen. Und da hin, da hin. Lassen wir auch noch ein bisschen kämpfen da. Hier haben wir noch ein Schwerling. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Luftverteidigung gleich noch. Denn wenn die jetzt über das Wasser geplatzt kommen, dann haben wir ja nichts. Vielleicht noch ein paar Listen hier. Gut. Zug Ben, bin ich gespannt. Oh, Alter. Na gut, aber wir sind ja eigentlich nicht mehr so weit weg. Dann. Okay. So, wir sind mit ihm hier weiter. Ah, ich durche mal eine Einheit dafür zu benutzen. So, jetzt werden wir mal gucken, was passiert. Gut. Das müsste jetzt eigentlich unmöglich sein. Okay. 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 so wie immer noch nach oben laufen und er auch hast du kannst es schaffen wir schaffen das schon ja hoffen wir jetzt hier mal zurück da hin und ruhig da hin nacht schwinge oder wie heißen dunkel schwinge typischen hardcore dann müssen wir schon aufpassen dann verstehen nur du musst habe ich auch in die richtung laufen oh ja 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 da können wir den weg wie ihn ähm 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 so muss man mal stehen und los geht's weiter weiter echt viele gegner aber ich glaube wir schaffen es so mal gucken also nur du musst doch nicht weiter hier längst laufen ich soll es doch nicht heilen aber egal das machen also den haben werde kann auf jeden fall dieses ding platt machen fast glatt machen, nicht ganz so was haben wir nach dem der kann leider kein treffen, das ist natürlich blöd aber im endeffekt ist es eigentlich auch ein bisschen egal wir sind mit unseren leuten ja eh bald weg es kommen immer mehr von diesen nachtschwingen oder wie die heißen was natürlich sehr sehr dumm ist aber naja so aber ist dumm sich da hin zu stellen ich weiß es nicht egal ähm ein bisschen heilung so mein gott muss doch nur noch abwarten wie es funktioniert so haben wir viele züge oder grüß an alter das sind immer mehr gegner du hast es geschafft messia naja ich bin so müde das bedeutet doch rein gar nichts ihr habt euch ledig eine kurze atempause verschafft ihre tode waren unausweichlich wow du bist echt eine miese verlehrerin hm ich bin von idioten umgeben schwebt sie davon wenn die unsterblichkeit so aussieht kannst du sie gern behalten sehr gut ein b immerhin gut oh es geht weiter dieses gelände ist ja übel das stimmt aber americ diese dünen die müssen im himmelssang sein ihr habt recht meine königin wir haben die grenze erreicht wir haben es geschafft in der nähe ist sicher ein himmelssang bataillon stationiert im himmelssang bewacht seine grenze vor eindringen aus dem verlorenen landen großartig wir haben so viele feinde schön wenn sich zu öffnen jemand freut uns zu sehen plopp Glückwunschluss das Spiel wurde Puzzle freigeschaltet sehr gut Glückwunschluss weiterhin wurde Secret freigeschaltet ja cool ja ich danke euch fürs zuschauen hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge ich bin schon gespannt bis dahin tschüss bis zum nächsten Mal oder kurz